Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Holosun, der HM3XT. So ziemlich genau vor einem Jahr haben wir euch den Holosun HM3X vorgestellt. Magnifier von Holosun war eine ganz große Geschichte. Alle haben danach gefragt. Jeder wollte einen Magnifier von derselben Marke, wo auch die Rotpunktvisiere, Reflexvisiere herkommen. Holosun hat geliefert. In diesem Jahr gibt es neu den HM3XT. Der Name sagt es bereits, da ist noch ein T hinten dran, also muss irgendwas Besonderes daran sein. Das heißt T steht für Titan, das heißt das Gehäuse wurde von Aluminium auf Titan gewechselt. Das ist schon mal der gravierende Unterschied zwischen diesen beiden Magnifiern. Wenn ihr jetzt aber mal schaut, gegeneinander, beide Magnifier, dann seht ihr deutlich, der ist auch ein gutes Stück kürzer. Also der HM3XT ist auch zwei Zentimeter circa kürzer. Ansonsten hat er dieselben optischen Eigenschaften. Das heißt man hat eigentlich den HM3X in ein kleineres Paket gepackt und das nochmal ein bisschen robuster gemacht. Wir haben eine dreifache Vergrößerung. Wir haben die Optrienverstellung von plus drei auf minus drei. Und das Ganze in einem kleinen Design mit einem Flip-to-Side. Wer das andere Video noch nicht gesehen hat, bei dem Flip-to-Side, bei Holosun ist es so, ihr habt die Möglichkeit den Magnifier für nach rechts zu schwenken oder nach links zu schwenken. Logischerweise in der Regel für Rechtshänder, da gibt es einfach mehr davon, kommt der Abwerk in der Rechtsschwenkvariante. Dazu muss ich einfach nur den Magnifier greifen und ihn nach rechts bewegen. Nicht so wie bei anderen Herstellern, wo man irgendwie nochmal eine Sicherung hat oder irgendeinen anderen Mechanismus, um den Magnifier zu schützen. Hier hat man wirklich eine deutliche Raste und damit kann der Magnifier dann zur Seite geklappt werden. Das Schöne ist, der sitzt auch wirklich straff. Also da kann man auch wirklich klappern und bewegen, so viel wie man will. Der Magnifier bleibt dann in seiner Position und damit hat man den aus dem Sehfeld rausgeklappt und kann durch das Rotpunkt-Besirid normal schießen auf einfache Vergrößerung. Was bietet euch der HM3XT noch an Vorteilen gegenüber dem anderen Magnifier? Ihr habt hier mit der kurzen Bauweise natürlich je nach Waffenplattform, wo ihr das nutzt, habt ihr eventuell einen Vor- oder auch einen Nachteil. Es kommt wirklich ganz darauf an, wie ihr schießt und welche Plattform ihr nutzt. Bei der AR-15 ist es so, zumindest bei mir, ich schieße immer mit der Nase am Ladehebel. Das heißt, ich bin relativ weit vorne. Die Optik, mein Rotpunkt-Visier, habe ich auch, soweit es geht, nach vorne montiert. Das heißt, logischerweise würde mit einem kurzen Magnifier jetzt der Magnifier weiter nach vorne rutschen. Ganz klar. Das ist aber bei dem Magnifier jetzt hier kein Problem, weil der Augenabstand so für mich eigentlich ideal ist. Bei dem langen Magnifier, der würde dann hier hinten bündig am Ladehebel abschließen. Da habe ich immer das Thema, das ist mir ein bisschen zu nah am Auge. Das ist einfach, da sehe ich nicht klar. Für mich ist das so, funktioniert das nicht. Und ich kann natürlich hier auch relativ schlecht noch weiter nach vorne gehen, weil da die Optik bereits sitzt. Weiterhin habt ihr natürlich den Vorteil, wenn ihr mit einer Kimme und Korn arbeitet, die jetzt nicht so flach ist wie die hier von AERATAC. Was weiß ich, eine Magpul Kimme und Korn zum Beispiel, die sind meistens relativ hoch. Dann kann das sein, dass das gar nicht in dieser Kombination funktioniert. Oder aber eben auch, genau wie hier in der Kombi, wenn ihr mit dem großen Holosan arbeitet, nicht mit dem Mikrovisier. Da habt ihr hier alleine schon durch die Bauform des Reflexvisiers hier viel mehr Platz auf der Waffe vergeudet, sage ich mal in Anführungszeichen, dass der Magnifier automatisch weiter nach hinten wandert. Ihr seht es ja, der ist hier bündig abschließend und da habt ihr einfach dann keinen Platz mehr für irgendwas. Also hier könnte ich jetzt tatsächlich gar nichts mehr anderes drauf bauen. Und deswegen wäre da der Vorteil, mit dem kurzen Magnifier noch eventuell variieren zu können. Die Besonderheit mit dem Platz auf der Waffe ist natürlich nur oder hauptsächlich bei AR-15-Plattformen gegeben. Nicht bei allen, aber bei den meisten ist es so, wir haben einen Vorderschaft, der an den Upper der Waffe geschraubt wird und dadurch natürlich hier keine durchgängige Picatinny-Schiene genutzt wird. Das heißt, man sollte oder es wird zumindest propagiert, dass man ein Rotpunktvisier nicht auf dem Vorderschaft montiert. Und vor allem, also wenn man es vorne montiert, vielleicht würde ich noch sagen, das kann ich noch durchgehen lassen, aber was ein absolutes No-Go ist, ist die Optik auf den Übergang zu montieren. Das ist ganz klar. Da habt ihr hier irgendwo ein bewegliches Teil, ihr habt hier Schwingungen im Lauf beim Schuss. Das kann nur sich verziehen und dann entsprechend eine Trefferabweichung geben. Von daher, möglichst immer die Optik abschließend hier beim AR-15 einsetzen, wenn ihr eine Steier-Aug habt zum Beispiel oder sonstige Waffen, die eine durchgängige Picatinny-Schiene haben, dann habt ihr freie Wahl, wo ihr die Optik hinsetzen könnt. Natürlich müsst ihr auch immer darauf achten, dass ihr noch was seht, wenn ihr durchguckt. Das macht ja keinen Sinn, wenn der Magnifier hier vorne sitzt und ihr 20 cm Augenabstand habt, weil so gut ist er dann doch nun auch nicht. Der HM3XT hat genauso wie sein Bruder eine Schnellspannvorrichtung in der Montage, die mit einem einfachen Klick gelöst werden kann. Da ist auch noch eine Sicherung dabei. Das heißt, ohne weiteres oder wenn man hängen bleiben sollte, löst sich diese Montage nicht. Man setzt den Hebel an, klickt ihn ein und dann ist der auch wirklich fest und kann sich von alleine nicht lösen. Für Linkshänder-Umbau muss man die Montage dann natürlich drehen. Man schraubt dann quasi den Magnifier ab, dreht die Montage einmal, schraubt den Magnifier wieder an. Es funktioniert dann, dass man nach links schwingt. Man hat dann nur einen kleinen Schönheitsfehler, nämlich dass die Montage, also der Schnellspannhebel nach vorne zeigt. Aber wie gesagt, dadurch, dass er ja arretiert ist, ist es auch kein wirklicher Nachteil. Mit dazu bekommt ihr ein Bikini-Cover als Schutz, ein Putztuch entsprechend, Anleitung, Garantiekarte, Batterien. Das würde ich jetzt normalerweise sagen bei einem Holosun, aber hier natürlich nicht. Das funktioniert tatsächlich komplett grün ohne Batterien. Und dann nochmal zwei lange Schrauben. Die sind dafür gedacht, wenn ihr mit unterschiedlichen Höhen arbeitet. Auf der A15-Plattform ist es immer relativ wichtig, dass man entweder mit Kimme und Korn in einer Linie schießt. Da spricht man von Absolut-Covidness. Oder aber, dass die Kimme und Korn unterhalb des Rotpunkts sind. Dann spricht man von einer Lower Third-Covidness. Und genau dafür, also obwohl das Ding Lower heißt und eigentlich niedriger sein müsste, ist eigentlich nur die Visierlinie niedriger. Aber das Visier ist eigentlich höher. Und genau dafür ist hier noch ein Spacer mit dabei. Den setzt ihr dann einfach in den Magnifier ein. Und damit wandert der ein Stück nach oben. Dasselbe müsst ihr natürlich dann auch bei eurer anderen Optik machen, beim Rotpunktvisier. Und damit ist der Magnifier vollkommen tauglich für alle möglichen Anwendungen. Jetzt habt ihr hier beide Magnifier mal Seite an Seite. Den HM3XT und den großen Bruder, den HM3X. Das entscheiden müsst ihr selber, was ihr wollt. Gerade wenn ihr hier auf das Holosun 510 steht, dann könnt ihr hier ohne weiteres inzwischen auch eine Kombi kaufen, wie ihr sie da seht. Hier ist die Box. Gibt es als Bundle-Paket bei Holosun Europe. Das heißt, da spart ihr auch noch mal ein paar Euro, wenn ihr genau diese Kombination nehmt. Ansonsten, wenn ihr schon ein Rotpunktvisier habt, wie das 503GU oder ähnliche kleine Holosunvisiere, dann würde ich euch tatsächlich auch den kurzen Magnifier dazu empfehlen. Je nachdem, wie ihr halt schießt von der Kopfposition, von der Entfernung zur Optik. Weil das einfach dann auch mal eine bündige, stimmige Sache ist. Vom Gewicht her, wie gesagt, geben sie sich nichts. Das sind ein paar Gramm. Die Titan-Version ist natürlich ein Ticken teurer. Aber ansonsten runde Sache. Ihr bekommt sämtliche Optiken von Holosun sowie die beiden Magnifier bei Holosun EU. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu Holosun und speziell zu den Magnifiern? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns bitte mal wissen, wenn ihr selbst mit Rotpunktvisier und Magnifier in der Kombination schießt und wenn ja, welche Kombination ihr da benutzt. Wie immer an dieser Stelle, Lack, Liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank.